Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Denkt bitte im Verlauf des Videos daran, den Daumen nach oben da zu lassen, wenn euch das Video gefällt oder vielleicht sogar ein Abo und die Glocke aktivieren, wenn ihr uns unterstützen möchtet und in Zukunft informiert werden wollt, wenn ein neues Video online geht. Wir haben mal wieder ein neues Produkt für euch und zwar geht es dieses Mal um den Amazon Fire TV der Serie 2 und zwar in der Größe 32 Zoll, also ein kompakter Fernseher, vielleicht von zwei Zimmern, Schlafzimmer oder so was oder allgemein, wenn ihr nicht so einen großen Fernseher braucht, bietet der hier schon sehr, sehr viel. Auf die technischen Details würde ich sagen, gehen wir gleich ein. Wir fangen jetzt mal an, das Produkt auszupacken und aufzubauen und dann sprechen wir noch ein bisschen drüber. Der Fernseher steht jetzt hier mal auf dem Tisch, noch so halb eingepackt. Man braucht die Füße hier gleich, wenn man ihn auf die Füße stellen möchte. Ansonsten hat der Fernseher auch eine Weseraufnahme hinten. Wir können ihn also mit einer kompatiblen Halterung auch an die Wand machen. Ansonsten ist er echt angenehm zum Greifen, muss man sagen, weil er hinten so eine Einwölbung hat, also ziemlich gut rauszunehmen. Die Füße sind komplett aus Kunststoff und haben hier unten so kleine Gummifüße dran, also ja, nichts Besonderes sollte den Fernseher halten. Haben wir noch ein bisschen mehr an Zubehör? Eine Anleitung, wichtige Informationen, Energieausweis, eine Fernbedienung, Schrauben für die Füße, Batterien zu der Fernbedienung und noch dieses Adapterkabel. Schon mal positiv, dass hier zwei Batterien für die Fernbedienung dabei sind. Ist ja heutzutage auch nicht mehr, selbstverständlich. Ja, die Fernbedienung. Das ist nichts Besonderes, eine kleine schicke Fernbedienung. Wenn euch das im Detail interessiert, allgemein, schaut gerne am Ende des Videos ins Produktvideo da, filmen wir alles nochmal etwas genauer. Genau, hier unten kommen dann die Batterien rein, zwei Stück an der Zahl, AAA. Und dann wird das hier drauf geschoben und dann ist es fertig. Die Fernbedienung hat auch Alexa-Unterstützung, ist ja auch ein Amazon-Produkt, könnt ihr also ganz normal mit Alexa verwenden. So, dann würde ich sagen, bauen wir das Ganze mal zusammen. Zur Montage soll der Monitor in der Folie auf den Tisch gelegt werden, auf die Displayfläche. Hat ja auch einen relativ ausstehenden Rand, da dürfte dem Display also nichts passieren. Am besten noch ein Tisch, der geht runter. Und danach schauen wir uns mal die Anschlüsse an. Ihr seht, Montage ist relativ einfach. Vier Schrauben, diese zwei Füße, man kann es auch nicht falsch machen. Da gibt es nicht viel zu beachten. Es ist Kunststoff, daher die Schrauben nicht ganz zu anknallen vielleicht. Aber, ja, ging jetzt relativ flott. Das erste, was mir auffällt, ist, dass das Kabel hier fest am Fernseher dran ist. Also kein Kaltgerätestecker, sondern tatsächlich kommt hier eben von vorne gesehen aus der linken Seite raus. Da vielleicht darauf achten, wenn ihr das Ganze irgendwo einstecken müsst. Das ist, ich würde sagen, ein anderthalb Meter Kabel, sollte passen. Ansonsten ist hinten hier eigentlich der Hauptkörper aus Metall. Wie gesagt, wenn ihr das genau sehen wollt, Produktvideo. Diese Aufsätze hinten ist aber alles Kunststoff. Ja, aber wie gesagt, für den Preis in Ordnung. Ansonsten finde ich das Design eigentlich recht schlicht. Heute alles in Hochglanz, jetzt nicht besonders modern oder edel. Einfach so typisch auf Fernseher, würde ich sagen, in der 32 Zoll Größe. Da gehen wir mal durch die Anschlüsse. Das fängt hier oben an mit einem optischen Eingang, einem LAN-Anschluss. USB 2.0 mit maximal 500 mAh. Ein Satellitenanschluss, ein Kabelanschluss. HDMI 1, 2 und 3 mit ERG. Kann also auch einen Soundbar oder sowas mit ansteuern. Einen I-L-Emitter, Mini-AV-In und ein CI-Slot-Modul-Gedöns, wo ihr eben so eine Sky-Karte oder sowas einschieben könntet. Es ist also alles an Bord, alles schlusstechnisch, was man eigentlich so braucht. Der Einschaltknopf ist übrigens hier unten in der Mitte unter diesem Fire-TV-Logo. Und das ist auch das einzige Steuerelement, das man jetzt hier so direkt am Fernseher hat. Der Fernseher ist eingesteckt. Ich schnappe mal die Fernbedienung und drücke hier einfach mal auf Power-On. Nebenbei immer mal wieder so ein paar technische Details. Wenn ich jetzt so nah dran sitze, sehe ich gleich die Auflösung von diesem 32 Zoll Modell. Beträgt 720p. Ist also HD-Ready, kein Full-HD. Für die Bildschirmdiagonale würde ich mal sagen, weil es ja wahrscheinlich auch ein bisschen entfernt ist, reicht es. Wenn man das 40 Zoll Modell kauft, da vielleicht an der Stelle gleich mal der Hinweis, es gibt genau das gleiche. Noch eine Größe größer, Größe größer, in 40 Zoll. Da habt ihr dann tatsächlich auch eine Full-HD-Auflösung. Aber hier müssen wir uns jetzt erstmal mit HD begnügen. Aber ich denke, wie gesagt, das passt. Genau, der Fernseher wird jetzt hoch. Ansonsten machen wir mal noch weiter. Es gibt hier Bluetooth, es gibt WLAN. Es ist im Prinzip so ziemlich alles an Konnektivität dabei, was man heutzutage braucht. Man kann also auch seine Bluetooth-Kopfhörer verbinden und darüber den Sound hören. In der Fernbedienung hier ist eine Alexa integriert. Man kann also den Fernseher auch mit dieser Alexa steuern, wenn man eben diesen Knopf hier drückt über Sprachbefehle. Auch sonst ist man mit dem Fernseher eigentlich recht gut aufgestellt heutzutage. Auf der Fernbedienung sieht man es schon. Netflix, Prime Video, Amazon Music, Apps Plus. Also alles, was man so standardmäßig an Streamingdiensten braucht, ist schon mit dabei auf dem Fernseher. Und über den LAN- oder WLAN-Anschluss hat man auch mit Sicherheit kein Problem da, das Signal ordentlich zu übertragen. Allgemein ist die Steuerung und die Bedienung wohl sehr benutzerfreundlich und dafür vielleicht auch gerade als Weihnachtsgeschenk für Oma oder Opa auch ganz gut. Beziehungsweise für Personen, die sich einfach nicht so gern mit Technik beschäftigen und einfach wollen, dass der Fernseher funktioniert und tut, was es soll. Hat jetzt eine ganze Weile gedauert, bis der Fernseher einsatzbereit war. Nehmt euch da also ein bisschen Zeit. Jetzt können wir hier die Location Deutschland auswählen, die Sprache, in dem Fall auch Deutsch und dann Shop-Nutzung oder Weiter klicken. Ich klicke jetzt immer noch weiter. Netzwerkverbindung aktivieren, im besten Fall tut ihr das jetzt gleich, dann braucht ihr das später nicht mehr tun. Wenn ihr ein Ladentabel drin habt, ist das gar kein Problem. Und wenn ihr WLAN habt, müsst ihr das jetzt eben einrichten. Wir haben hier zwei Möglichkeiten, einmal eine Smartphone-App herunterzuladen. Über den QR-Code kommt ihr im Prinzip auf den Google Play Store. Ich würde aber mal sagen, wir machen das Ganze ohne Smartphone. Wäre ja schön, wenn es auch ohne geht. Man kann es also auch mit Fernbedienung einrichten. Dazu einfach hier auf Weiter klicken. Ihr sucht jetzt nach Netzwerken. Der Schritt würde auch wegfallen, wenn ihr bereits ein Ladentabel eingesteckt habt. Das erleicht für das Ganze nochmal. Ansonsten müsst ihr jetzt eben hier euer WLAN verbinden. 5G ist auch unterstützt. Damit haben wir auf jeden Fall auch genug Power für Streaming. Wenn dann das WLAN-Passwort stimmt, klappt auch die Verbindung. Und dann geht es direkt los mit der Suche nach Update. Wer kennt es nicht? Neues Gerät. Man will loslegen und jedes Mal gibt es neue Updates. Auch die laufen hier automatisch. Ihr seht, man konnte das jetzt gar nicht abwählen, sondern man wird im Prinzip gezwungen, erstmal die neueste Software zu installieren. Ist aber vielleicht auch gut so. Bitte das Netzwerktabel während der Aktualisierung nicht trennen. Wir haben gerade einen. Das ist doch eher die Klage. Das Update ist jetzt endlich durch. Es hat gefühlt eine Ewigkeit gedauert. Also so wunderbar schnell ist es nicht. Oder das Update war immens groß. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall geht es weiter. Netzwerkverbindung aktivieren. Hier wird jetzt gefragt, ob ihr Wake-on laden möchten, dass wir von fern das Gerät starten können und so weiter und so fort. Erhöht ein bisschen den Stromverbrauch, müsst ihr wissen. Ich lasse es jetzt einfach mal aktiviert. Dann geht es wieder los mit App weitermachen oder Fernbedienung. Wir machen wieder die Fernbedienung. Irgendwann kommt ihr dann an den Punkt, wo ihr das Ganze mit einem Amazon-Konto verknüpfen könnt, wenn ihr schon eins habt oder eben alternativ Neues erstellen. Ihr könnt es aber auch erstmal überspringen, indem ihr hier auf diese Weiter-Taste drückt. Und das Ganze dann später einrichten. Bist du sicher, melde dich jetzt wieder um tausende Sender-Apps und Spiele. Genau. Also wenn ihr das Teil sinnvollerweise nutzen möchtet, macht es schon Sinn, dann ein Konto zu verknüpfen. Aber wie gesagt, wir machen das mal nicht. So. Dann drücken wir hier auf Weiter. Nach Fernsehsendern suchen. Im besten Fall macht ihr Ja, wenn ihr hier ein Satellitenkabel oder ein Kabelkabel angeschlossen habt. Haben wir jetzt hier nicht. Daher drücke ich mal auf Nein. Er würde dann theoretisch die Sender suchen und einrichten. Melde dich an oder stellen dein Amazon-Konto. Damit ist die Einrichtung eigentlich abgeschlossen. Klar, der Sendersuchler würde jetzt vielleicht noch ein paar Minuten in Anspruch nehmen. Aber wir sind jetzt im Prinzip auf der Übersichts-Startseite, wenn ihr den Fernseher startet. Hier kommt jetzt wieder der Hinweis, dass ihr euch mit eurem Konto anmelden solltet. Das bleibt hier also immer offen. Hier sieht man schon mal vorschaumäßig, was es hier für Apps gibt. Netflix, Prime, YouTube. YouTube müsste sogar so funktionieren. Klar, wenn wir jetzt erstmal YouTube starten, brauchen wir auch erstmal einen Update. Haben wir auch nicht gerade schon Updates gemacht ohne Ende? Okay. Also, so wie es aussieht, könnt ihr keine App verwenden, bis ihr nicht euer Amazon-Konto angemeldet habt. Ich habe es ja eben gesagt, wenn ihr den vollen Funktionsumfang nutzen wollt, müsst ihr das tun. Ansonsten gibt es hier natürlich eine Menge an Einstellungen. Da kommen wir auch so drauf. Wir können gucken, welche Eingänge wir haben. Also, es könnte auch sein, wir haben jetzt hier einen Receiver angeschlossen, da müssen wir nur auf den HDMI-Eingang schalten. Die kann man hier also einrichten. Antenne, Satellite, Composite, Media Player. Das sind also die Möglichkeiten, die ihr hier zum Umschalten habt. Dann geht es um Benachrichtigungen. Airplay konfigurieren, wenn ihr mit Apple-Geräten arbeitet. Ja, hier ist auch die Amazon-Kontoanmeldung, Netzwerk, Töne. Ja, was man eben so kennt von den Einstellungen, Gerätesteuerung, Software, natürlich Updates könnt ihr hier machen. Ist ein kleines, übersichtliches Menü, auch recht übersichtlich aufgebaut. Und der Button wäre jetzt noch, um in die App-Bibliothek zu kommen. Ich bin mal gespannt, ob das funktioniert. Aber im Prinzip ist es wie ein App-Store auf dem Fernseher, wo ihr euch eben noch zusätzliche Apps installieren könnt. Wahrscheinlich werdet ihr dafür aber auch euer Amazon-Konto einrichten müssen. Soweit so gut mal zur Einrichtung. Ihr seht, relativ unkompliziert. Es dauert zwar ein bisschen einfach da rum, weil es eben Updates macht und so, aber ich denke, das sollte klappen. Ich habe jetzt tatsächlich aufgegeben und unser Amazon-Konto verbunden, weil sonst wirklich alle Funktionen komplett eingeschränkt sind. Jetzt geht die Einrichtung hier weiter. Man kann jetzt hier noch eine Kindersicherung aktivieren, wenn man den Fernseher in einem Kindersimmel installiert. Das ist vielleicht ganz praktisch. Ich lasse es jetzt mal aus. Hier kann man jetzt die Apps auswählen, die man möchte und dann vorab installieren. Lasse ich auch mal. Und dann hat man eben nur die Grundinstallation drauf, die man vorhin auch schon gesehen hat. Willkommen bei Fire TV, einfache Navigation, entscheide mit der Suchfunktion, passe die Apps an. Hier gibt es so ein paar kleine Tipps, die man einfach durchlesen kann. Und dann kann man hier auf Verstanden klicken und die Amazon-Kontoeinrichtung dürfte auch abgeschlossen sein. Also wie gesagt, auch das hier definitiv kein Echsenwerk. So, man landet hier direkt in Amazon Prime Video im Hintergrund. Kann man also Videoinhalte anschauen, wenn man möchte. Und jetzt kommen wir hier auch in die Apps rein. Freebie ist inzwischen auch installiert. App Store. Und vielleicht schaffen wir es jetzt auch, in die App-Übersicht zu kommen. Also hier kann man dann einstellen, in welcher Reihenfolge das Ganze hier auf dem Start-Screen eingeblendet werden soll. So, hier gibt es dann auch die App Store jetzt. Und hier kann man sich jetzt alle möglichen Apps runterladen, die man sonst noch so benötigt. Twitch, Kicker, Apple TV, RTL Plus, Join, Paramount Plus. Also eigentlich alles, was es so gibt. Disney Plus und was man so benötigt. Da ist es eigentlich wirklich sehr umfangreich. Ja, man hat also hier oben immer so ein paar Inhaltsvorschläge auch über verschiedene Apps hinweg. Man kann hier eine Suche starten. Da wäre jetzt vielleicht ganz interessant, ob man hier sucht über alle Apps hinweg. Okay, also man kann hier separat auswählen, ob man in einer bestimmten App suchen möchte. Hier sind andere Suchvorschläge. Ähnliche Ergebnisse, ähnliche Ergebnisse. Er hat also nichts gefunden. Also so wie es aussieht, priorisiert er natürlich mal das Amazon Prime Video. Vielleicht suchen wir mal noch einen Begriff, den es tatsächlich öfters gibt. Okay, ich habe jetzt mal nach Star Wars gesucht. Er findet jetzt hier Ashoka auf Disney Plus. Das sieht man hier unten. Da steht Disney Plus, ganz klein. Ist ein bisschen schlecht zu erkennen. Und dann findet er noch die ganzen alten Star Wars Filme. Ist aber jetzt für mich nicht erkenntlich, auf welchem Portal. Also ist ein bisschen komisch. Ich kriege jetzt einfach mal eins an. Und bin mal gespannt, wo er das öffnet. Okay, also er sucht, wie gesagt, priorisiert auf Amazon Prime, wie es aussieht. Vielleicht springt er ja hier. Genau, ansehen, mit Disney Plus App öffnen. Also irgendwie, die Suche ist nicht ganz hundertprozentig. Hier gibt es zwar ein paar Ergebnisse, aber es gibt ja noch deutlich mehr Inhalte. Deshalb verstehe ich das nicht so ganz. Ja, so wie es aussieht, schaut da lieber in den Apps selber, wenn ihr was Bestimmtes sucht. Und verlasst euch hier nicht auf diese übergreifende Suche. Dann versuchen wir mal noch Alexa. Man muss hier auf dieser Taste draufbleiben, bis man fertig ist mit dem Sprachbefehl. Alexa, such auf YouTube nach dem Kanal de Paris. Wird von YouTube abgerufen. Und dann eben loslassen, wenn man fertig ist. Hier sieht man jetzt, es versucht die YouTube App zu öffnen. Ist aber noch nicht installiert. Schlägt hier aber direkt vor, YouTube herunterzuladen und zu installieren. Das tut er dann auch. Du hast eine App, es gibt verschiedene Möglichkeiten, eine App zu öffnen. Genau, also man kann über Alexa die App öffnen oder eben über das Hauptmenü. Das wird hier jetzt kurz erklärt. Dann ist es installiert. Wir können sie direkt öffnen. Und wahrscheinlich wage ich zu behaupten, dass mein Suche jetzt nicht übernommen wurde. Doch, tatsächlich. Also er hat jetzt hier oben nach de Paris Kanali gesucht. Zwar mit 2R, aber es ist einmal dahingestellt. Die Suchergebnisse sind auf jeden Fall perfekt. Es sind beide unsere Kanäle hier gefunden worden und auch verschiedene Videos von unseren Kanälen. Was wir jetzt mal noch kurz testen können, unabhängig vom Amazon-Konto wäre eigentlich Airplay. Also wenn ihr jetzt direkt von eurem Handy was auf dem Gerät abspielen wollen würdet. Ja, Airplay scheint zumindest zu funktionieren. Komischer Name, aber da schlägt es mir auf jeden Fall mal vor. Airplay verbunden mit Gerät. Okay, so. Schauen wir mal, ob wir zumindest in einem YouTube-Video über das Handy abspielen können. Das scheint zu funktionieren. Flugtang und zwar geht es heute um die Yamaha Soundbar SR-C20. So hört man zumindest mal noch den eingebauten Lautsprecher. Ist natürlich entsprechend der Gerätegröße jetzt nicht der Bomben-Lautsprecher, aber ist da okay. Also auch hier ist über Airplay ein Spulen möglich und die ganz normale Steuerung. So haben wir jetzt zumindest auch mal noch ein bisschen was an Bild. Das Ganze ist ausgestattet mit HDR10. Soll also sehr kontrastreich und farbenfrohe Bilder sein. Ansonsten gibt es technologiemäßig gar nicht so viel zu sagen. Wie gesagt, hier ist eigentlich der Hauptaugenmerk auch so ein bisschen auf Benutzerfreundlichkeit, dass alles relativ schnell erreichbar und einfach zu steuern ist. Das würde ich sagen, ist jetzt im ersten Eindruck hier gegeben. Wenn Amazon-Konto dann eingerichtet ist, dürfte auch mit Alexa das alles noch einfacher werden. Aber es funktioniert, es tut das, was es soll. Ihr bekommt jetzt noch einen kleinen Ausschnitt rein von dem Bild, frontal drauf gefilmt mit der GoPro. Da haben wir am wenigsten Flacker Probleme, dass ihr euch davon noch einen Eindruck machen könnt. Ansonsten schaut, wie gesagt, nochmal ins Produktvideo. Ich glaube, das sind wir soweit auch durch. Vielleicht noch eine kleine Zusammenfassung. Das Design ist jetzt nichts Besonderes, aber sieht ganz gut aus. Hauptgehäuse in Metall, hinten ein bisschen Kunststoff, hier Hochglanz ist ein bisschen Geschmacksein. Bildschirm ist HD. Die größere Variante würde es auch in Full HD geben. Und wir haben HDR10, also sehr kontrastreiche Bilder. Einrichtung gegen Flott von der Hand war kein Problem. Keine großen Hürden. Beide Netzwerkmöglichkeiten verfügbar. Auch da gibt es eigentlich nichts daran auszusetzen. Der größte positive Faktor an diesem Fernseher ist eigentlich der Preis. Denn wenn ihr bei einem Prime Day oder bei irgendeinem Angebot einkauft, so wie der Erwerber dieses Fernsehs, könnt ihr da sehr viel Geld sparen. Dieses Gerät wurde für 150 Euro erworben. Und ich glaube, das ist für einen Fernseher in der Klasse mit dem Funktionsumfang, mit der Benutzerfreundlichkeit in dieser Größe ein wirklich attraktiver Preis. Die UVP kostet das Ganze ein bisschen mehr. Da kostet es nämlich 280 Euro. Daher achtet auf jeden Fall bei Amazon immer auf die Angebote. Das lohnt sich da meistens richtig. Das sind eben gerade diese Amazon eigenen Produkte extrem krass reduziert. Von dem kleinen Aufpreis bekommt ihr das Ganze hier dann noch in 40 Zoll, also ein bisschen größer mit, wie gesagt, Full HD-Auflösung. Wenn ihr also nach einem Fernseher sucht, dann wäre das vielleicht auch eine Option. Kostet dann auch ein bisschen mehr. Ist aber nicht die Welt. Ich glaube, das sind 40, 50 Euro Unterschied. Das ist also wirklich nicht der Rede wert. Ansonsten, der Standfuß tut, was er soll. Es gibt aber auch die Möglichkeit, das Ganze aufzuhängen. Wenn ihr noch Fragen zu dem Produktabstelle, sehr gerne wie immer in die Kommentare. Wir werden so gut wie möglich alles beantworten. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß bei dem Video. Wir sehen uns in einem der kommenden oder vergangenen Videos wieder. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.